ja hallo Leute hier ist Tim von Savido wir zocken heute Beargrill the Game was ich mir gerade gestern gekauft habe und ich würde sagen fangen wir einfach an zu zocken ich werde erst mal die Steuerung checken okay alles klar dann würde ich sagen fangen wir einfach mal an zu zocken klettere einen Baum hoch um deine Region zu scannen alles klar Baum was ist das denn warum klettert er da nicht hoch was ist das für ein scheiß Spiel boah ey komm jetzt reicht's lassen wir es einfach sein ey lass uns weitergehen scheiß funktioniert sowieso nicht so mal gucken was sich hier noch so bietet ich warte einfach mal oh eine aufgabe bau dir ein Fahrrad für eine schnelle Fortbewegung alles klar dann werden wir einfach mal aus den Stückern dort versuchen ein Fahrrad zu bauen aber irgendwie dauert das alles so lange irgendwie ist ein total scheiß Spiel hier ah jetzt baut er mal sehen was sich daraus ergibt und er baut und baut und wo auch heißer Feger muss ich ehrlich sagen geiles Fahrrad das hätte ich nicht gedacht dass wir uns so ein geiles Fahrrad zaubern können dann würde ich sagen legen wir los und fahren eine Runde da fährt er mit High Speed die Strecke entlang so wie man sich das vorstellt hier wo fahren wir überhaupt hin fahren wir einfach den Weg lang irgendwas wird schon kommen was ist das denn warum fliegt er auf die Fresse hey so eine scheiße dieser Vollpfosten suche die Würmer um wieder fit zu werden alles klar dann werden wir Würmer suchen das sollte kein Problem sein ach da hat er schon den ersten Wurm schön im Schnee gefunden ein Glück war da kein gelber Schnee so Bear Grylls läuft und läuft da findet er den nächsten Wurm meine Fresse aber gute Computer Animationen der Grylls zittert richtig vor lauter arktischer Kälte und da gehen wir einfach weiter aber unsere Lebenspunkte sind wieder voll dann können wir ja weitermachen so ich gehe einfach den Weg wieder zurück ah finde ein Monster und erledige es kein Problem jetzt müssen wir bloß mal einen Monster finden und was für ein Zufall da kommt auch ein Monster dann mache ich dich kalt du scheiß Ding und ah ah jawollo tot ist das scheiß Vieh jawoll so dann werden wir doch mal den Weg weiter lang laufen ach da kommt die nächste Aufgabe wir sollen uns einen Schlafplatz suchen sollte allerdings kein Problem für uns sein legen wir uns doch einfach vor diesen Baum da sind wir wenigstens Wind geschützt so Bear Grylls der alte Penner packt sich was ihr Bear Grylls da froh an was soll der Scheiß kann ich nicht nachvollziehen Game over alles klar ich schmeiß das Spiel jetzt weg und ihr Leute kauft euch auf keinen Fall Bear Grylls the Game es geht nicht nachvollziehen da ist das Spiel jetzt weg und wiederum das Spiel jetzt auf welche Glor Что die die Vielen Dank.